Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Quartalsschlittern hier aus dem Kölner Triangle. Nach einem, wie man sagen muss, ziemlich aufregenden und nervenaufreibenden Jahr 2022 haben wir ein eigentlich wiederum aufregendes erstes Quartal hinter uns, allerdings erfreulicherweise mit einem guten Ergebnis. Ich spreche darüber und auch über das, was Sie möglicherweise erwarten können, heute zum ersten Mal an dieser Stelle mit Bert Flossbach. Mein Name ist Katja Dofl, Sie kennen mich möglicherweise von der NTV-Telebörse. Ab jetzt sehen Sie mich bei Flossbach von Storch. Ich freue mich sehr darüber. Ja, Bert, ein aufregendes erstes Quartal mit teilweise extremen Kursschwankungen, aber am Ende doch mit einem guten Ergebnis. Was hat die Kurse getrieben? Ja, es ging zunächst sehr, sehr gut los. Die Erwartung war, dass die Inflation sich doch vielleicht so ein bisschen wieder zurückbewegt. Die Notenbanken, die Zinsen möglicherweise schon in diesem Jahr wieder senken würden. Und das hat im Januar, so bis Anfang, Mitte Februar dazu geführt, dass die Kurse recht deutlich gestiegen sind. Und dann kam eine Inflationszahl, die Kerninflation für die Eurozone und auch für die USA, die höher war, als man das erwartet hatte. Und dann waren diese Zinssenkungshoffnungen erstmal perdu. Die Kurse fielen und dann kam im März ja noch die Bankenkrise hinzu, die dann aber sehr schnell durch Einspringen der Notenbanken gelöst wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass wir per Saldo das erste Quartal dann dank zwei erfreulicher Schlusswochen noch mit einem ganz ordentlichen Plus von knapp sechs Prozent beendet haben. Stichwort Bankenbeben. Wie sehr hat dich das überrascht? Ja, ich glaube, dass nach diesen Zinserhöhungen, die wir gesehen haben, von null plötzlich Richtung viereinhalb Prozent in den USA, dass da irgendwas kommen würde, war klar. Ja, jetzt in dem Fall, wir hatten die Silicon Valley Bank nicht unbedingt auf dem Schirm. Aber das war eine Sondersituation. Die Firma oder die Bank hat sehr viele Einlagen von sehr wenigen großen Einlegern, die auch sehr stark miteinander verbunden sind. In San Francisco aus dem vor allem Technologiebereich, die dann ruckzuck ihre Einlagen abgezogen haben. Und das war schon eine Entwicklung, die doch für viele überraschend kam und eben auch über Nacht. Kommt da noch was nach? Das fragen sich jetzt natürlich viele. Wir haben ja gesehen, danach kam ja noch was danach in Amerika, auch bei ähnlichen Instituten. Die Signature Bank war dann als nächstes fällig und dann schwappte das Ganze über den Atlantik hier zur Credit Suisse rüber, aus völlig anderen Gründen. Was wir sehen, ist, dass Vertrauen für Banken elementar ist. Und wenn dieses Vertrauen weg ist, dann ist das Geld auch relativ schnell weg und damit auch die günstige Finanzierung der Banken. Und wenn was nachkommt, wovon auszugehen ist, dann aber eher bei kleineren Instituten, vor allen Dingen in Amerika, so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der Saving- und Lohnskrise, die wir Anfang der 80er Jahre hatten. Also du rechnest tatsächlich, da kommt noch was? Das ist noch nicht zu Ende? Ja, aber bei kleinen Instituten, die jetzt nicht unbedingt zu einem Erdbeben an den Banken führen werden, da wird noch was kommen. Und was wir auf jeden Fall noch sehen werden, ist eine etwas vorsichtigere Kreditvergabe der Institute, etwas mehr Risikobewusstsein, als wird das noch bis Ende letzten Jahres hatten. Und die Anleger haben natürlich das gemacht, was irgendwie typisch ist für Anleger, nämlich sie haben sichere Häfen gesucht. Es ist auch Gold gesucht worden. Es gab da Goldpreise von über 2000 Dollar. Wie geht es da weiter? Neue Höchststände? Ja, so Gold wird ja immer als Krisenmetall bezeichnet. Das ist nicht ganz richtig. Also dann ja, wenn diese Krise dazu führt, dass die Inflation relativ stark steigt und eine Situation, in der wir uns ja jetzt langsam befinden, die Notenbanken vielleicht nicht genügend dagegen tun können, weil sie die Finanzmarktstabilität berücksichtigen müssen. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr elementar und wichtig ist für Gold, als sozusagen Währung der letzten Instanz. Und ich glaube, dass wir da eher am Beginn einer langfristigen Hoss im Goldbereich stehen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Preisprognosen fürs Jahresende machen möchte. Verstehe ich. Wie geht es denn aber deiner Meinung nach weiter mit der Inflation? Es gibt ja Experten, die sagen, die globale Inflation in diesem Jahr wird bei sieben Prozent liegen. Das ist natürlich ordentlich. Was denkst du, ist die gekommen, um zu bleiben? Ja, so sieht es aus. Also der entscheidende Punkt ist die sogenannte Kerninflation oder wie wir geschrieben haben, der harte Kern. Und das sind insbesondere die Löhne, die die Preise für Dienstleistungen nach oben treiben. Und wir sehen ja jetzt auch in den Lohnrunden hier in Deutschland, Thema Bahn jetzt zum Beispiel, Verdi. Wir sehen, dass natürlich da sehr viel Druck auf höhere Löhne momentan vorhanden ist, der sich dann auch erst im Laufe der nächsten zwölf Monate in die entsprechenden Preise überwälzt. Und das ist ein globales Phänomen, dass die Kerninflation, die eben nicht Energie und Nahrungsmittel betrifft, dass die Kerninflation relativ hartnäckig, relativ hoch bleibt. Und deswegen ist davon auszugehen, dass die Inflationsziele, die die Notenbanken sich gegeben haben mit zwei Prozent, erst mal nicht erreicht werden können. Also die sind ja viel optimistischer, die Notenbanken. Die gehen ja davon aus, bis 2025 kommt man wieder Richtung dieser Zwei-Prozent-Marke. Und da fragt man sich natürlich, wer verschätzt sich denn diesmal, die Notenbanken oder die Experten? Das ist das berühmte Moving Target, wie das Schild an der Tür, bin in zehn Minuten zurück und kommst du zehn Minuten später, das Schild immer noch da. Und die Notenbanken machen in der Regel Forecasts auf zwei Jahre, wo dann die Inflationsziele auch wieder erreicht werden. Das müssen sie fast tun, weil sie sonst zugeben würden, dass sie mit ihren Maßnahmen nicht in der Lage sind, diese Zielsetzung zu erreichen. Also heißt es, 2025 sind wir wieder ungefähr bei zwei Prozent. Das ist, glaube ich, aber in hohem Maße Wunschding. Die Preisstabilität beziehungsweise die Inflationserwartung, also die Verankerung, Draghi hat es immer sehr schön formuliert, die Leute haben irgendwo einen gewissen Inflationsanker, mit dem die rechnen. Was man seinen Anlage, seinen Investitionskonsumentscheidungen zugrunde legt. Und dieser Inflationsanker von zwei Prozent soll auf jeden Fall beibehalten werden. Früher waren wir zu tief, da soll es hoch auf zwei gehen, jetzt sind wir zu hoch, jetzt soll es runter auf zwei Prozent gehen, um eben eine gewisse Stabilität auch bei Lohn- und Preisverhandlungen zu bekommen und zu vermeiden, dass eine höhere Verankerung bei drei, vier oder fünf Prozent letztlich natürlich wie eine Spirale wirkt und dann auch in höhere Lohnforderungen einfließt, die wiederum die Preise erhöhen. So ein bisschen wie wir das in den 70er Jahren gesehen haben. Die Notenbanken sind sich sehr wohl bewusst, dass man das vermeiden muss. Und insofern ist klar, dass das Wording der Versuch einer selbsterfüllenden Prophezeiung ist, dass wir also in zwei Jahren die zwei Prozent praktisch wieder erreicht haben und alle mal ganz entspannt bleiben sollen. Allerdings sind ja die aktuellen Lohnforderungen deutlich höher. Die sind nicht besonders moderat. Wird da noch irgendjemand beidrehen, also entweder die Arbeitgeber oder halt die Arbeitnehmer? Man muss die Leute schon verstehen. Also wir haben keinen Reallohnzuwachs über die letzten Jahre und die Lohnerhöhungen, die jetzt gefordert werden, dienen ja in erster Linie auch mal dazu, den Reallohnverlust der letzten zwei Jahre auszugleichen. Insofern ist das vielleicht erstmal ein Nachholeffekt. Wenn der aber, und so sieht es aus, dazu führen wird, dass die Kerninflation hartnäckig höher bleibt, dann wird natürlich im nächsten Jahr wieder eine höhere Lohnforderung zu sehen sein. Ob es dann fünf, sechs oder sieben sind, weiß ich nicht. Aber es spricht viel dafür, dass sich das Ganze so ein bisschen verstetigt. Und zwar mindestens eine Stufe, der Sockel eine Stufe höher als die erhofften zwei Prozent. Müssen die Notenbanken dann nicht eigentlich viel mehr machen? Also wie hoch müssten die die Zinsen denn eigentlich dann anheben, um diese Inflation einzubremsen? Ja, das ist die 64.000 Dollar Frage, wird man in den USA sagen. Gretchenfrage bei uns. Das weiß man nicht genau, aber in allen Phasen, in denen wir Höroinflation hatten und in der die Notenbanken, die versucht haben zu bekämpfen, musste der Zins, der Realzins, also Zins minus Inflation positiv sein. Also wenn ich vier, fünf Prozent Inflation habe, dann musste der Zins sechs, sieben Prozent sein, als Beispiel. In den USA war es Anfang der 80er sogar noch krasser, da hatten wir Realrenditen von plus vier Prozent. Also die Zinsen waren vier Prozent dauerhaft für drei, vier Jahre über der Inflation. Das ist jetzt nicht mehr machbar. Und wenn man zumindest davon ausgeht, dass die Realrenditen positiv werden, also die Zinsen über die Inflation steigen, dann würde das aktuell bedeuten, dass wir Zinssätze von fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Prozent bräuchten. Und das wird dann schwer. Warum wird das so schwer? Naja, wir haben ja gesehen, jetzt die Beispiele der Banken in Amerika zeigen das ja. Man muss vielleicht nochmal kurz sich vor Augen führen, wie Banken sich im Wesentlichen refinanzieren, zumeistens über günstige Depositen, also die Einlagen, die Sparer bei der Bank haben, sei es im Sparbuch, auf dem Konto. Und dass diese Zinsen deutlich gestiegen sind. Die Banken, die zwar noch nicht weitergeben, aber wenn sie das nicht bald tun, fließt eben Geld ab. Und je höher dieser Zinssatz geht, je verlockender ist ein Geldmarktfonds oder eine kurzfristige Anleihe als Beispiel. Und wenn ich da in der Eurozone jetzt schon über drei bekomme, in Amerika fast fünf, dann heißt das natürlich, dass die Leute ihr Geld abziehen aus diesen Depositen und in solche Geldmarktfonds stecken. Das wiederum verteuert das Funding der Banken. Und solche Banken, die sehr stark darauf angewiesen sind und gleichzeitig, sagen wir mal, ein sehr spekulatives Anlagebuch haben, sind dann genötigt, zum Ausgleich eben Anleihen zu verkaufen. Oder zumindest diese teuren Notfazilitäten der Notenbanken, also Geld, das die Notenbank ihnen gibt, in Anspruch zu nehmen. Das ist in Amerika im Moment um die fünf Prozent. Und dann kommen Banken durchaus zumindest mal in Ertragsproblemen. Und das ist ja nicht das einzige Problem, im Speziellen hier in der Eurozone. Da haben wir ja auch noch die hochverschuldeten Mitgliedstaaten. Die EZB, die kann doch eigentlich gar nicht so viel tun. Ja, du sprichst einen guten Punkt an, der auch die Eurozone von allen anderen Zonen, die wir haben in der Welt, insbesondere natürlich von den USA, aber auch der Bank von England unterscheidet. Wir haben hier eine Währungsunion und die Zinssätze und die Renditen der Anleihen sollten nicht zu weit auseinander driften. Und wir liegen jetzt schon bei 4,3 Prozent für zehnjährige Papiere in Italien. Und damit ist natürlich die Finanzierung der Staatsschulden wird für Italien jetzt zunehmend teurer, mit jedem auslaufenden, niedrigen Papier, das durch ein Hochverzinstes ersetzt werden muss. Und dann wird eben die Finanzierung der 150, 160 Prozent Staatsschulden, die Italien hat, teurer. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen stattfindet, aber der sich so von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal langsam reinschleicht. Und auch das ist ein Grund dafür, dass die EZB hier nicht beliebig stark die Zinsen erhöhen kann, wie die USA das vielleicht könnten. Wenn man sich jetzt aber die Banken mal anschaut, was du ja auch gerade schon erläutert hast, diese Probleme, die wir gesehen haben, lag denn das eigentlich nur am höheren Zins oder liegt es nur am höheren Zins und den höheren Kosten, die man zu stemmen hat? Oder gibt es da nicht möglicherweise noch ganz andere Probleme? Also bisher kann man sagen, ist es ein Liquiditätsproblem. Der hohe Zins führt dazu, dass Leute Geld aus Depositen abgezogen haben und das Funding der Bank teurer machen. Und natürlich gleichzeitig, man muss immer beide Seiten der Bilanz sehen, auf der Aktivseite, also die Anlagen, die die Bank hält, nicht die Gelder, die sie aufnimmt, sondern die Anlagen, die sie selber hält, das sind die wesentlichen Kredite und Staatspapiere, sind natürlich aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus gefallen im Wert. Also eine Anleihe mit einer langen Laufzeit, die einen Coupon hat von 1, die steht eben nicht mehr bei 100, wenn die Rendite bei 4 ist, sondern deutlich tiefer. Und dadurch ist natürlich ein Verlust entstanden, der zwar nicht bilanziell ausgewiesen wird, und das ist auch legal so, da wird immer noch mit 100 bilanziert, in den sogenannten Hold to Maturity, also Halten bis zur Fälligkeit, Bücher an der Banken, obwohl die Papiere nicht mehr 100, sondern nur 90, 80, 70 oder weniger wert sind. Und wenn die verkauft werden müssen, dann wird natürlich aus diesem Liquiditätsthema auch ein Solvenzproblem. Und um das zu vermeiden, hat ja die US-Fed gesagt, ihr könnt uns die Ware zur Verpfändung andienen, kriegt dafür Geld und wir nehmen als Pfand den Nominalwert, der höher ist als der Kurswert, um dieses Problem so ein bisschen zu begrenzen. Was aber passieren kann, und das kommt dann in der Regel aus dem Immobilienbereich, also da, wo die Banken Kredite vergeben haben, dass im Commercial, also im kommerziellen Bereich, nicht bei Wohnungen, dass dort Preissenkungen, Büroimmobilien, Einzelhandelsimmobilien jetzt spürbar werden und dass möglicherweise hier Kreditausfälle kommen können. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir haben also eine völlig andere Situation als in der Finanzkrise, wo diese Subprime-Anlagen, diese Subprime-Kredite eben nicht werthaltig waren. Soweit sind wir noch nicht. Wenn die Zinsen aber nachhaltig hoch bleiben oder sogar noch deutlich höher steigen, könnte das natürlich auch die Anlageseite der Banken und damit die Solvenz treffen. Also keine neue Bankenkrise, Finanzkrise am Horizont? Nein, also glaube ich nicht. Und wenn, wie das Beispiel Credit Suisse gezeigt hat, dann einigt man sich da relativ schnell, orchestriert dann eine Übernahme. Und dazu muss man auch sagen, die Credit Suisse ist ein Beispiel dafür, dass Vertrauen in Zeiten des digitalen Bankings oder Finanzwesens, ein Vertrauensverlust relativ schnell sich dann auch bei den Banken auswirkt. Da sind keine langen Schlangen mehr, wie im Sommer 2007 bei Northern Rock, sondern da wird auf Knopfdruck Geld abgehoben. Und insofern ist das Vertrauen heute für die Finanzinstitute, für die Banken, noch viel, viel wichtiger, als es früher der Fall war. Und zum Glück haben die ja inzwischen auch höhere Eigenkapitalrenditen, sorry, Eigenkapitalquoten. Wenn gleich Credit Suisse, und das ist vielleicht die Ironie, einer der höchsten Eigenkapitalquoten in ganz Europa hatte und trotzdem die Bank war, die dann das Vertrauen verloren hat. Aber wie ist das? Könnten die Banken da möglicherweise auch selber noch nachbessern? Weil offensichtlich ist das ja eine ausgesprochen fragile Situation. Ja, zum einen natürlich ein gutes Risikomanagement, dass man der Bank grundsätzlich vertraut. Da gibt es ja einige Institute, die damit auch so ein bisschen geworben haben. Zum Zweiten profitiert, das ist der alte Moral Hazard wieder, nicht die Gefahr, dass die großen Häuser aufgrund der Größe, die sie haben, wissen, dass sie niemals pleite gehen können, weil das dann das Finanzsystem erodieren würde. Das haben wir jetzt bei der Kredits bisher erlebt. Und dann die Höhe der Eigenkapitalquoten. Das ist ein sehr delikates Thema. Die Banken wollen natürlich nicht, dass man ihnen zu viel Eigenkapital vorschreibt, denn die Gesamtkapitalrenditen, also sagen wir mal die Marge, die eine Bank auf einen Kredit einfährt oder auf eine Anleihe, die sie kauft, die ist nicht so toll und die wird erst dann hoch, wenn man sehr viel Fremdkapital einsetzt. Und wenn da die Anforderungen an die Eigenkapitalquoten nochmal deutlich steigen, dann reduziert sich dieser Hebel und damit auch die Rendite, die die Banken erzielen können, auf ihre Anlagen. Und insofern gibt es da sehr, sehr großen Widerstand, dass man nochmal ein Stockwerk höher geht bei den Eigenkapitalrenditen. Was auch dann erst wirklich final reichen würde, wenn die so hoch wären, 20, 30 oder mehr Prozent, dass man selbst starke Verluste auf der Anlagenseite abfehlern kann. Das wäre natürlich eine Revolution. Allerdings sagt ja die EU-Kommission jetzt auch, der Steuerzahler soll keine Banken mehr retten. Das muss anders funktionieren. Ja, wie dann? Ja, im Grunde genommen sind die Bankenrettungen, die wir gesehen haben in der Finanzkrise und auch jetzt wieder, die sind im Prinzip ein unerwünschtes Nebenprodukt oder Nebeneffekt dieses Kreditgeldsystems, das wir haben, dass eben Banken nur geringe Mittel brauchen, um große Kredite vergeben zu können. Und wenn da was schiefläuft, dann ist die Bank sofort in Gefahr. Dann droht ein Vertrauensverlust in das ganze System. Und deswegen bräuchte es, um dieses Problem zu lösen, tatsächlich sehr viel höhere Eigenkapitalquoten. Die kann man aber nicht von heute auf morgen erreichen, weil die Banken dann gezwungen wären, wesentlich weniger Kredite zu vergeben. Also die ganze Kreditvergabe wird darunter leiden. Das wäre, den Vorschlag haben wir schon mal gemacht, 2008, das wäre ein sehr langfristiger Prozess, wo man den Banken verbietet, Aktien zurückzukaufen, was damals ja auch der Fall war, gleichzeitig aber auch Dividenden auszuschütten, um diese Mittel, die verdienten Mittel im Unternehmen zu thesaurieren und dann langsam die Eigenkapitalquote zu erhöhen. Das wäre langfristig eine Lösung, die aber, glaube ich, politisch nicht durchsetzbar ist. Wahrscheinlich nicht. Allerdings, Stichwort Kreditvergabe, abgesehen von den Banken, leiden ja auch andere Unternehmen unter den stark gestiegenen Zinsen. Was ist da zu beobachten? Was passiert mit den Unternehmen oder zumindest mit manchen Unternehmen? Ja, wir haben ja oft von dieser Zombifizierung gesprochen. Also dass Firmen im Grunde genommen nur noch leben oder überleben, weil die Schulden, die sie haben, so niedrig verzinst sind, dass sie praktisch keine Zinsen zahlen müssen. Und dadurch kommen Firmen auch über die Runden, die bei normalen Zinsen, so wie wir sie jetzt langsam wieder erleben, Schwierigkeiten haben. Und jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Wir hatten diesen Boom im Technologiebereich, wo eben auch viele Unternehmen vielleicht geblendet von den Sondererfolgen in der Pandemie übermäßig expandiert haben, ohne profitabel zu sein und sich sehr billig am Kapitalmarkt verschulden konnten. Viele US-Titel oder US-Unternehmen, aber auch europäische Werte, haben dann Wandelanleihen imitiert mit Coupons von, sagen wir mal, 0 oder 0, Schnaps. Das ist kostenlos und die Dinger werden jetzt in den nächsten Jahren sukzessive fällig. Sodass sich also einige Firmen zum einen erstmal überlegen müssen, wie sie überhaupt profitabel werden in ihrem Kerngeschäft und dann überlegen müssen, wie sie diese billigen Schulden, wenn die teurer werden bei der Refinanzierung, wie sie diese Schulden überhaupt begleichen können. Es gibt ja Unternehmen, die kommen eigentlich super aus mit einer Inflation beziehungsweise mit höheren Preisen. Das gilt aber nicht für alle gleichermaßen. Also wer kann höhere Preise weitergeben und für wen ist es schwierig? Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wenn man überlegt, was soll ich in so einem inflationären Umfeld tun, wenn ich jetzt in Sachwerte investiere, sprich Aktien als wesentlichster Teil liquider Sachwerte, also Unternehmensbeteiligung, dann will ich natürlich in solche Firmen investieren, die die höheren Inputpreise, die sie selber zahlen müssen, sei es in Form von Löhnen oder Rohmaterial, auch weiterleiten können. Also die genügend Preissetzungsmacht, wie das immer so schön heißt. Ich sage lieber Spielraum haben, weil ihre Marke stark genug ist, weil ihre Wettbewerbsposition gut ist. Und das sind dann Unternehmen, die, und das haben wir gesehen heute im letzten Jahr, in der Lage sind, doch die Preise mindestens im Ausmaß der Inflation, teilweise sogar stärker zu erhöhen, ohne dass ihnen der Absatz einbricht. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil für die Anlagestrategie und auch für den Schutz eines Vermögens gegen Inflation. Da guckt man nochmal gleich drauf, aber trotzdem noch die Frage, weil vielleicht haben dann sogar solche Unternehmen Probleme. Müssen wir eigentlich in Deutschland jetzt noch mit einer Rezession rechnen? Was denkst du? Ach ja, dieses Rezessionsgespenst, das sind wir jetzt seit letztes Jahr, das ist mehr so medialer Aktionismus. Ich muss jetzt über irgendwas Spannendes reden und jetzt treiben wir wieder die Rezessionssau durchs Dorf. Man weiß es nicht. Also es spricht einiges auch jetzt nach dieser Bankenthematik dafür, dass die Kreditvergabe etwas vorsichtiger wird. Das drückt tendenziell die Wirtschaftsentwicklung. Wir haben Firmen, die den Gürtel enger schnallen müssen, die gerade besprochenen Zombies. Möglicherweise gibt es auch mehr Pleiten. Aber ich vermag nicht zu sagen, ob das jetzt zwingend zu einer Rezession führt, geschweige denn, wann die genau kommt, wie tief die sein wird und wie lange die dauert, sondern eher, dass man in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen, auf Unternehmen achten sollte oder Unternehmen in den Fokus rückt, die qualitativ so gut sind, dass das mit der Rezession dann aufwurscht ist. Genau, das wäre jetzt die Frage. Wie positioniert sich der Anleger zwischen kriselnden Banken, Zombie-Unternehmen, Inflation, Rezession? Fragezeichen, man weiß es nicht. Ja, wir haben ja so ein paar Postulate in unserem Pentagramm verewigt. Und Nummer eins ist Diversifikation. Das heißt, nicht alle Eier in einen Korb. Ich muss in dem Umfeld, in dem wir jetzt aber uns befinden, immer noch davon ausgehen, dass die Zinsen nicht hoch genug sind, wenn ich heute eine 10-jährige Anleihe für 2,1 bisschen kaufe, um die Inflation der nächsten 10 Jahre abzudecken. Das heißt, Anleihen sind von der Bedeutung nach wie vor nicht so hoch in so einer Vermögensallokation, wie das vielleicht früher gewesen wäre. Ich muss also einen Schwerpunkt bei Sachwerten setzen. Und das bedeutet für ein liquides Vermögen, also Immobilien mal außen vor, Aktien und Gold. Letzte Frage. Auf welche Entwicklung schaust du besonders? Also wenn du jetzt in diesem Jahr, im nächsten Jahr, natürlich deine Augen offen hältst, du schaust jeden Tag auf den Markt. An welche Ecken schaust du besonders, weil man vielleicht vorsichtig sein muss, weil es vielleicht auch eine positive Überraschung gibt? Was ist da im Blickfeld? Also die größte und wichtigste Entwicklung, die wir haben, ist tatsächlich die Inflation. Weil das ist jetzt etwas völlig Neues. Wir haben Inflationsraten wie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Wir haben diese hartnäckige Kerninflation, die die Notenbanken vor ein Trilemma stellt. Die haben Preisstabilität, aus Inflationsbekämpfung als Nummer 1, gleichzeitig aber offiziell auch in Amerika Beschäftigung und Wirtschaftswachstum als Nummer 2. Und Nummer 3 ist die Finanzmarktstabilität. Und worauf wir jetzt besonders achten, ist, wie die Notenbanken es schaffen, diese drei Punkte auszumanövrieren und zu schauen, dass man nicht zu viel auf Preisstabilität achtet und dabei Wirtschaft und möglicherweise auch Finanzmarktstabilität unterminiert und dass da eben große Probleme auftauchen. und wie die Notenbanken mit dieser Entwicklung umgehen. Und ein mögliches Szenario wäre, sagen wir mal, der Best Case, alles wird gut von alleine. Dann fallen die Zinsen auch wieder deutlich, spätestens im nächsten Jahr. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und dann gibt es ein Szenario, das wir so mal als Basisszenario definieren, dass die Inflation eher hartnäckig hoch bleibt. Die Notenbanken an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr können. Und da schaut man dann ganz besonders auf die Pressekonferenzen, sei es von Christine Lagarde oder von Jerome Paul in den USA, wie die reden, wie die damit umgehen. Denn eins ist auch klar, die Notenbanken können nicht einfach sagen, ja, jetzt lassen wir das mit der Inflationsbekämpfung mal sein. Wir haben jetzt genug getan. Wir sind jetzt an einem Zinsnäher, wo es langsam knirscht. Und deswegen hören wir auf. Sondern die müssen sich da verbal sehr geschickt durchmanövrieren, damit sie das Vertrauen der Leute, die Geld halten, nicht verlieren oder das Vertrauen ins Geld nicht verloren geht, weil eben die Inflation in Anführungsstrichen außer Rand und Band gerät. Und das und alles, was damit zu tun hat, sind, glaube ich, die entscheidenden Entwicklungen, die uns nicht nur in den nächsten Wochen und Monaten, sondern höchstwahrscheinlich so in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Notenbanken und Inflationsdaten. Ja, lieber Bert, vielen Dank für das spannende Gespräch. Zeit ist wie immer verflogen. Meine Damen und Herren, vielen Dank natürlich auch für Ihre Zeit an den Bildschirmen. Und wenn Sie wollen, dann abonnieren Sie doch gerne unseren YouTube-Kanal. Da gibt es natürlich in der nächsten Zeit wie immer mehr Gespräche wie dieses, aber auch mehr Videos zu einzelnen Themen, die uns hier im Haus beschäftigen, die zeigen, wie angelegt wird und auch wie recherchiert wird und die besten Unternehmen gesucht werden. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann da dabei sind. Schönen Tag noch. Oder ich fühlte ich whoo. Schönen Tag noch. Untertitelung des ZDF, 2020